Hey Leute, Neostrixx hier und herzlich willkommen zu So geht Minecraft, Tag Nummer 63. Heute zeige ich euch, wie man ein Dorf plant und wie man einigermaßen schöne Gebäude bauen kann. Viel Spaß dabei! Ja, bei so einem Dorf, da kann man schon einiges falsch machen, wenn man einfach so drauf losbaut. Da gibt es nämlich einige Dinge, die man beachten sollte. Man kann direkt loslegen, eins zu bauen, einfach so, aber dann kann es dazu kommen, dass einige Sachen nicht so laufen, wie es sein sollte. Und da ist das Problem einfach, dass man sich teilweise relativ schnell übernimmt, ist mir auch schon oft genug passiert. Und eine Sache, um das zu verhindern, ist sehr einfach. Und zwar sollte man einfach im Vorhinaus planen, wo genau man das Dorf hinstellt und welche Gebäude man bauen möchte. Und ich habe mir überlegt, der planenden Dorf zu bauen, ist ja schon relativ lange bei mir hier in dem Projekt präsent. Zwar nicht immer erwähnt, aber ich hatte es schon die ganze Zeit vor. Und jetzt ist es endlich mal soweit. Und zwar hatte ich schon die ganze Zeit mir überlegt, ein Dorf hier hinten in diesen Waldbereich zu bauen, mit Kirche und allem drum und dran. Und zwar hatte ich mir folgendes überlegt. Also erstmal denkt man sich, welche Hauptgebäude brauche ich? Und ich habe mir gedacht, ein Dorf braucht natürlich eine Taverne, also eine Bar, eine Kneipe, eine Kirche, eine Schmiede und ein Rathaus. Vier Hauptgebäude wären das. Und den Rest des Dorfes kann man dann einfach mit kleinen Wohnhäusern ausfüllen. Und natürlich nicht vergessen, man braucht auch einen Marktplatz in der Mitte am besten. Vor dem Rathaus direkt, würde ich mal sagen. Das heißt, man überlegt sich erstmal, wo ist die Mitte des Dorfes. Ich werde jetzt hier so dieses Waldstück mal, wo ich jetzt hier mit der Maus langfahre, gleich abholzen und mal gucken. Werde ich einen kleinen Marktplatz in die Mitte mal machen und von da aus dann drumherum mal alles bauen. Ja, so wenn man dann die Überlegung gemacht hat, wo alles hinkommt, sollte man als nächstes sich überlegen, welche Blöcke man verwenden möchte, um die Häuser zu bauen. Weil wenn man einfach alles, was man hat, benutzt und alles durchmischt und irgendwann, dann sieht das Dorf sehr zusammengeschustert aus. Teilweise hier hinten bei meinen Farmgebäuden ist das so gewollt. Zum Beispiel hier bei der Melonen- und Kürbisfarm, da habe ich Spruce und Oakwood durchgemischt, weil es ist halt einfach so ein Gewächshaus. Hier hinten bei der Kakaobohnenfarm habe ich es auch einmal durchgemischt und es sieht eigentlich ganz cool aus, aber für Häuser in einer Stadt sollte das schon ein bisschen anders sein. Denn das sind ja nicht einfach solche Farmhäuser. Hier zum Beispiel auch diese Scheune mit der halbautomatischen Weizen- und Kartoffelfarm. Da habe ich das Ganze auch durchmischt und das sind ja einfach nur Bauernhäuser, sage ich mal, so mittelalterlich gehalten, würde ich es mal bezeichnen. Und da kann man sowas einfach durchmischen, weil es ist ja auch im Real Life teilweise so, dass da früher vor, sagen wir mal 200 Jahren oder so, wurden die Häuser einfach aus den Sachen gebaut, die man da zur Verfügung hatte. Aber in Städten ist das ein bisschen anders und ich habe mir für die Farbpalette folgendes überlegt. Ich möchte die Häuser mit Spruce und Oakwood bauen und mit ein paar Variationen von Deep Slate. Und zwar habe ich Chiseled Deep Slate, das sieht so aus. Dann noch Deep Slate Tiles, finde ich eine ziemlich coole Wandstruktur, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch Cracked Deep Slate Bricks, einfach für die Abwechslung und normale Deep Slate Bricks. Passt jetzt nicht so ganz zu dem Haus, was wir hier oben gebaut haben, aber ich sage mal so, das ist ja schon ein bisschen älter, das Haus hier. Und hier unten, die Stadt, wird ja komplett neu errichtet. Und das Haus soll jetzt nicht zu der Stadt gehören, sondern gehört ja zur Base, deswegen denke ich mir da halt, gut, da können wir ein bisschen abweichen. Weil ich sage mal so, das Haus passt jetzt auch nicht zu dem Ding hier hinten. Ich werde auch nochmal gucken, dass ich das alles hier ein bisschen vereinheitlicht kriege, dass das nicht so durchgemischt aussieht. Weil ich habe jetzt nämlich genau den Fehler gemacht, den man nicht machen sollte. Ich habe nämlich nicht im Voraus geschaut, ja, wie möchte ich mein Dorf, mit welchen Blöcken möchte ich das machen. Denn das habe ich nämlich erst jetzt gemacht. Und genau sowas solltet ihr nicht machen. Ihr solltet vorne rein schauen, wie baue ich mein Dorf, mit welchen Blöcken, in welchem Farb- und Texturschema. Und ich würde sagen, das wären erstmal alle Tipps für den Anfang. Ich baue jetzt erstmal hier die ganzen Bäume ab, dass wir hier Platz bekommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ihr seht, ich habe jetzt alle Bäume abgeholzt, alles ausgeleuchtet und die Unebenheiten ausgeglichen. Also die Sehnen aufgefüllt. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, den man beachten muss. Und zwar sollte man, bevor man etwas baut, also bevor man ein Haus baut, die Grundrisse davon ziehen. Ich mache das Ganze verschieden. Also ich mache es auf zwei verschiedene Arten, je nachdem, wie ich mal gerade Bock habe. Zum einen kann man natürlich einfach hier jetzt mit ein paar Blöcken hier, sagen wir mal, wir bauen jetzt einfach mal ein stinknormales, viereckiges Haus. Und dann kann man einfach ihn hier machen und dann sage ich mir, yo, Grundriss fertig. So soll das Haus dann vom Grundriss her aussehen. Fertig. Und so ist auch die einfachste Variante. Man kann jetzt auch hergehen und sagen, nee, ich will das ein bisschen anders machen. Man kann nämlich auch, sagen wir mal, mit einer Schaufel einfach hier die Wege in den Boden machen und das Ganze dann auch als Grundriss verwenden. Dann haben wir jetzt einmal hier so einen Grundriss und einmal hier mit Stein. Ich mache das Ganze meistens mit Steinen auf den Boden stellen, weil es teilweise, also meiner Empfindung nach geht es ein bisschen schneller, als die Wege in den Boden rein zu ritzen, sage ich mal. Aber ich werde es heute mal mit dieser Variante machen. Und zu den Grundrissen an sich. Man sollte jetzt natürlich schauen, yo, wie mache ich das am besten? Wo kommt welches Gebäude hin? Ich hatte ja vorhin gesagt, wir wollen einen Marktplatz bauen und den würde ich hier so in diesem Bereich hier hin machen. Aber der soll auch nicht allzu groß werden, obwohl ich glaube, ich lasse den Marktplatz einfach weg, machen wir uns ein bisschen weniger Arbeit und bauen dafür ein paar mehr Gebäude. In die Mitte würde ich dann mal sagen, kommt das Rathaus. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit einem Grundriss. Wir bauen als erstes, würde ich sagen, fangen wir mal hier hinten in der Ecke an. Wenn man ein Gebäude bauen möchte in Minecraft, dann ist das Wichtigste, dass man die Wände nicht gradzahlig macht. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4. Solche Wände sind nicht so toll. Genauso wenig wie 6 breite Wände toll sind. Weil wenn man dann in die Mitte eine Tür machen möchte, dann hat man die nicht in der Mitte. Außer man macht jetzt eine Doppeltür. Ist nicht so geil. Deswegen sollte man Wände und generell alles in Minecraft immer, wenn man es baut, in einer ungeraden Zahl bauen. Ich hoffe, man versteht das. Also, wenn man jetzt ein Haus baut, was einfach komplett viereckig ist, dann kann man jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Wände bauen. Also das Haus 5x5. Und dann hätten wir hier vorne zum Beispiel die Tür. Und dann hätten wir hier ein Fenster. Und das ist dann halt alles in der Mitte. Also wenn man es ordentlich und symmetrisch bauen möchte, unbedingt ungerade Zahlen verwenden. Die zweite Sache ist, man sollte nicht versuchen quadratisch zu sein. Habe ich jetzt hier bei vielen Bereichen hier hinten zwar gemacht. Die sind zumeist quadratisch. Ja gut, hier mit einem Anbau oder das da oben, das zählt jetzt nicht. Also zum Beispiel einfach da hinten die Kürbis- und Melonenfarben oder so. Die sind halt einfach alle quadratisch. Wenn man jetzt ein Haus baut und das relativ abwechslungsreich bauen möchte, dann sollte man zwei Sachen beachten. Zum einen ungerade Wände bauen und man sollte versuchen, nicht quadratisch zu sein. Dann fangen wir einfach mal an. Wir machen jetzt mal hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn wir das Quadrat jetzt schließen, hätten wir ein 5x5 Haus. Ist einfach nur quadratisch. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen, wir probieren mal was. Also beim Haus bauen ist es immer so ein bisschen probieren. Ich würde mal versuchen, habe ich jetzt so noch nie gemacht, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Vielleicht so, wenn wir die Fackel weg machen. Dann haben wir hier so einen 1er Durchgang. Ja, kann man machen. Dann hätten wir hier so ein Haus, was jetzt zwei Quadrate ineinander ist. Es ist ein bisschen basic, ich weiß. Aber für den Anfang sollte man sich auf sowas beschränken. Man sollte immer klein anfangen. Wenn man dann später ein bisschen, sag ich mal, fortgebildeter ist im Häuser bauen oder so, dann kann man natürlich auch viel wildere Sachen basteln, je nachdem. Und wenn man jetzt sein erstes Haus hier vom Grundriss hat, dann gibt es eine nächste Sache zu beachten. Wenn man jetzt hier direkt symmetrisch daneben baut, dann sieht es nachher aus wie irgendwie aus einem Baukasten oder so. Oder wie eine Großstadt, wo jedes Haus direkt nebeneinander geklebt ist. Aber man möchte ja im Normalfall ein kleines, schönes Dorf bauen. Deswegen sollte man die Häuser nicht nebeneinander direkt bauen, sondern etwas versetzt. Und am besten sollte man auch kleine Lücken zwischen den Häusern lassen. Weil zum einen hat man im Normalfall, wenn man ein Dach baut, auch ein bisschen Überstand. Und zum zweiten hat man dann so ein bisschen kleine Gassen zwischen den Häusern, die man dann auch schön dekorieren kann. Ich mache den Abstand immer unterschiedlich. Ich mache meistens so drei bis fünf Blöcke. Ich mache jetzt hier mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, machen wir es mal hier und gehen dann mal ein bisschen hier zu den Bäumen hin. Sagen wir mal hier. Genau, das sollte passen. Dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen ein ausgefalleneres Muster. Probiere ich mal. Also man wird in Minecraft nicht um eckige Häuser drumherum kommen. Das sollte euch klar sein. Aber man sollte möglichst versuchen, nicht immer alles viereckig zu bauen. Also so eine Form hier zum Beispiel ist jetzt auch drei Quadrate einfach aneinander. Aber es ist jetzt nicht normal viereckig, sondern so ein bisschen diagonal. Und bei euren Grundrüssen müsst ihr dann einfach ein bisschen schauen, was findet ihr am besten, was findet ihr cool, was findet ihr schön vom Design her. Und ich finde die beiden Formen jetzt eigentlich ganz gut. Und der nächste Schritt wäre jetzt erstmal, ich baue jetzt mal ein Dorf. Äh, Quatsch. Ja klar, wir bauen ein Dorf, aber ich baue jetzt erstmal ein bisschen vor. Ich würde sagen, wir nehmen als Eckpfeiler normal Spruce Wood. Machen wir erstmal hier die Ecken aus normalen Spruce Stämmen, würde ich mal sagen. Und die Wände des Erdgeschosses aus den Deep Slate Varianten. Und ich würde jetzt erstmal die Wände drei Blöcke hoch machen und ja, machen wir hier vorne die Eingangstür. Dann ersetzen wir den Block mal eben durch den hier. Dann können wir hier gleich eine Tür noch drauf platzieren. Und jetzt gilt es erstmal, sagen wir mal eins, zwei noch hier oben drauf, dass wir hier schon mal eine Höhenbegrenzung haben. Wir wollen die Wände ja drei hoch machen. Zwei ist ein bisschen zu wenig, da stößt man sich fast die Birne. Deswegen drei ist eigentlich so das Optimum. Vielleicht auch fünf bei größeren Gebäuden und da wird es auch schon Nacht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eben schlafen und dann geht es sofort weiter mit dem Haus. Dir gefällt das Video soweit? Gut, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Wie schon gesagt, wir werden jetzt einmal hier das kleine Haus vorbauen. Deswegen fangt am besten an, erst mit Kleinhäusern. Weil wenn ihr eure Palette an Blöcken ausgesucht habt, die ihr benutzen möchtet, um die Häuser zu bauen und euch dann während des Baus einer riesigen Kirche auffällt, hm, irgendwie gefallen mir die Blöcke doch nicht so, dann habt ihr den Vorteil, wenn ihr ein kleines Haus gebaut habt, dann könnt ihr das relativ schnell wieder einreißen und habt keine große Zeit verschwendet. Wenn ihr jetzt eine riesen Kirche schon halb fertig gebaut habt und 200 Blöcke verbaut habt, dann dauert das natürlich ein bisschen länger und ihr habt Zeit verloren. Deswegen erstmal klein anfangen. Und eine sehr wichtige Sache jetzt bei den Häusern, wenn ihr die baut, versucht immer irgendwie 3D-Strukturen und Muster in Wände, Böden und auch Dächer reinzubekommen. Einen sehr coolen Effekt, den man machen kann. Ist auch das Einfachste. Einfach, wenn man Wände baut, immer mal verschiedene Blöcke, immer abwechselnd bauen und ein bisschen versetzt auch. Jetzt habe ich hier zum Beispiel normale Bricks verwendet. Dann hier einmal einen Chiseled Deep Slate und hier einmal einen zerbrochenen Stein. Dann machen wir hier mal diagonal ein und hier zwei Teils. Und jetzt haben wir schon hier keine stinknormale, sagen wir mal, Deep Slate Bricks Wand. Einfach bauen wir mal eben hier vor. Also, wenn wir es so haben, sieht es relativ eintönig aus. Und wenn wir ein bisschen unter den Blöcken mischen, dann haben wir schon mal ein kleines Muster und eine Verschiedenheit hier in den Blöcken, die relativ cool ist und was sehr einfach zu bauen ist. Und hier bei den Wänden, gut, hier kann man jetzt nicht viel machen, außer vielleicht, sagen wir mal, wir mischen jetzt mal hier ein bisschen die Blöcke. Hier machen wir nochmal einen normalen Brick, dann hier zwei Deep Slate Tiles drauf. Ja, sieht auch cool aus. Und jetzt schaut euch am besten, macht es am besten so, dass kein System wirklich zwischendrin zu erkennen ist, sondern dass es wirklich einfach random gebaut ist. Jetzt müssen wir mal, doch, das passt. Ja, und wenn ihr hier am Mischen seid, schaut, dass ihr nicht große Flecken nebeneinander baut, obwohl es kommt drauf an, wie ihr das Ganze baut, weil wenn ihr die Wände so verschieden baut, dass ihr verschiedene Flecken jetzt von etwas größeren Blockansammlungen habt, dann sieht es wahrscheinlich bei riesigen Wänden cool aus. Und bei kleinen Wänden ist eben das Wichtigste, dass man jetzt nicht die eine Hälfte komplett mit Deep Slate hier gecrackten Blöcken baut. Was ich mir auch als Faustregel nehme, immer weniger gecrackte Blöcke benutzen als normale. Ist ein bisschen cooler, weil dann hat man nicht so viele zerstörte Blöcke und mehr normale. So Leute, ich habe jetzt einmal hier die Wände fertig gebaut. Warum ich jetzt in der Mitte immer Löcher gelassen habe, ist relativ einfach, denn wir können natürlich jetzt hier Fenster reinsetzen. Wir können normale Glasscheiben benutzen, finde ich bei so normalen Dorfhäusern jetzt nicht so passend, wenn die im Mittelalterstil sind, weil damals hatten die ärmeren Leute, sage ich mal, nicht standardmäßig Glasscheiben schon als Fenster und die hatten eher so Holzfensterläden oder so. Keine Ahnung, schwer zu beschreiben, aber ich mache es meistens so mit Holzzäunen. Hier zum Beispiel mit Spruce. Das passt ganz gut auch zu den Holzstämmen außen. Was auch gehen würde, wäre Oak, aber das könnte ein bisschen zu hell sein, deswegen normal Spruce. Und wir müssen jetzt einmal noch den Boden hier rausheben, weil wir wollen ja keinen normalen Grasboden haben, das sähe ein bisschen blöd aus, sondern wir wollen schon einen, ja super, eine Rakete erstmal verschwendet, aber egal. Wir wollen ja einen schönen Boden haben, da habe ich mir folgendes gedacht, wir könnten jetzt zum einen hier normales Spruceholz benutzen, was wir dann hier einfach reinklatschen, ist jetzt aber ein bisschen eintönig, ist zwar passend auch, aber wir können natürlich auch ein bisschen mischen. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt Oak Planks, wir wollen ja sowieso das Obergeschoss mit Oak bauen, ein bisschen, da können wir jetzt hier einfach ein paar Blöcke entfernen und setzen hier ein bisschen Oak dann dafür ein. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Struktur drin, ist jetzt keine 3D-Struktur, sondern eher so ein Muster, aber ist jetzt nicht schlecht. Und hier beim Außenblock, wo die Tür drauf kommt, da würde ich immer einen Steinblock nehmen, von der Wand her. Und die Tür einmal ran, fertig, ist schon mal das Erdgeschoss. Um jetzt auch Struktur reinzubringen, könnte man auch hier oben zum Beispiel eine Treppe machen, platzieren wir ihn einmal hier drüber und fertig ist. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr Tiefe und nicht vergessen bei euren Häusern, am besten auch sofort ausleuchten, weil sonst spawnt hier vielleicht etwas drin. Und ich muss sagen, das sieht auch schon mal ziemlich gut aus und ich würde sagen, das Obergeschoss mache ich einmal Off-Cam und die restlichen, sage ich mal, Grundrisse werde ich auch gleich noch hier Off-Cam einmal hinzaubern. So Leute, ein bisschen Zeit ist vergangen und ihr seht, das Haus ist fertig. Ich habe auch zwischendrin noch ein bisschen mehr Grundrisse reingemacht, den Rest werde ich wahrscheinlich zwischen der Folge jetzt und der nächsten Folge machen, weil das dauert echt ein bisschen, hier das Ganze zu machen und ich wollte die Folge heute noch fertig aufgenommen bekommen und ein bisschen Zeit ist jetzt schon vergangen, wird ein bisschen knapp heute noch, aber ich zeige euch jetzt mal eben das Haus ein bisschen. Zum einen, ich habe hier mal alle Materialien erstmal rausgeschmissen, dass ich wieder ein bisschen Platz im Inventar habe und ihr seht, ich habe an die Außenbalken, also hier dieser Spruce Balken und dieser Spruce Balken, die hatten wir eben. Ich habe nochmal welche dran gebaut, damit da dann Zäune als Stützen draufstehen, Ich würde mal eben in den Spectator-Modus gehen, dass wir uns das ein bisschen genauer ansehen können. Also im Endeffekt habe ich als erstes mal hier ein bisschen höher gebaut und geschaut, wie kann ich das Ganze zu einer anständigen Form bringen und hier ein Dach draufsetzen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein zweistöckiges Haus bekommen und das Ganze ist soweit auch ein bisschen versetzt. Früher war der Baustil ja noch nicht so, dass man komplett alles gerade und genau bauen konnte. Da hat sich wahrscheinlich der Architekt ein bisschen vermessen und wir haben oben auch Eichenholz jetzt verbaut als Bretter. Es ist ein bisschen hell, muss ich zugeben, aber ich glaube, ob das passt eigentlich und gehen wir mal eben wieder zurück und nehmen uns die Axt. Also hier das Zeug, ihr seht, wenn ich das hier mal abbaue, dann haben wir hier wieder unsere Wand, die wir erst hatten, bis hier oben hatten wir das gebaut. Und dann habe ich hier oben einmal, das ist die Fußbodenebene vom nächsten Stockwerk und dann habe ich jetzt eigentlich nur hier einmal ein Ding dran gehauen, hier nochmal zwei dran gehauen und jetzt haben wir hier eine richtige 3D-Struktur reinbekommen, nur mit diesem Stil. Und ich muss sagen, ich habe den Stil auch schon in Tektopia benutzt, aber er gefällt mir einfach super. Und jetzt hier vom Innenraum aus ist natürlich einmal auch ausgeleuchtet mit Laternen und ja, Einrichtung fehlt jetzt noch, aber erstmal das Haus fertig. Jetzt haben wir hier nämlich die Fenster noch drinne, schön hier einmal rundherum können wir durchgucken. Dann haben wir hier, fängt das Dach an, seht ihr, hier habe ich auch Polish Deep Slate noch benutzt und noch eine Blockart hinzugefügt zu der Farbpalette. Aber jetzt haben wir hier in den Ecken noch zwei Stämme und hier dann einmal so noch einen Dachboden. Einen etwas größeren Raum als hier unten auch, weil ich bin mit dem Überstand hier direkt einen Block nach außen gegangen und hier seht ihr mit dieser Ecke, die ich noch dran gehangen habe, bin ich auch hier oben drauf gegangen und ich habe eine Regel gebrochen, klar, hier oben die Wand ist vier Blöcke breit, aber es sieht jetzt gut aus. Solange es gut aussieht, würde ich sagen, kann man es so bauen. Aber wenn man wirklich beabsichtigt, da noch irgendwie was zu ergänzen am Haus oder so und das unbedingt mittig und symmetrisch sein muss, dann sollte man das nicht machen. Wenn ihr an eurem Dorf baut, fangt am besten klein an, baut die kleinen Wohnhäuser und wagt euch dann langsam an immer größere Gebäude. Und damit bedanke ich mich auch schon herzlich für das aufmerksame Zuschauen, Leute. Und im Abspann verlinke ich euch jetzt noch einmal die ganze Playlist zum Projekt Tektopia. ist ein sehr cooles Projekt. Da kann man auch einiges daran lernen, wie man ein Dorf bauen kann, wie man das schön designt, wie man eine gute Struktur ins Dorf bekommt und so weiter und so fort. War ein kleines Mod-Projekt. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin und ciao, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.